Ja, ein Lied für Kinder und erst recht für Erwachsene, sagt Bettina Wiener. Und das finden wir auch. Auf jeden Fall. Jetzt Kinder. Ja, ein Lied für Kinder. Ja, ein Lied für Kinder und erst recht für Erwachsene, sagt Bettina Wiener. Ja, ein Lied für Kinder und erst recht für Erwachsene, sagt Bettina Wiener. Ja, ein Lied für Kinder und erst recht für Erwachsene. Ja, ein Lied für Kinder und erst recht für Erwachsene. Ja, ein Lied für Kinder und erst recht für Erwachsene. Ja, ein Lied für Kinder und erst recht für Erwachsene. Sehr schön. Ja. 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 Ja.